Ich wollte schon die ganze Zeit erster Platz werden und ich habe Ihnen gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe mein Wort gehalten. Wir sind heute erster Platz. Wir haben dafür sehr hart trainiert. Wir haben eine lange Saison gehabt. Auf jeden Fall sind wir jetzt Erster und ich habe mein Ziel erreicht mit meiner Mannschaft. Ich danke meiner Mannschaft vom tiefsten Herzen. Vielen, vielen Dank für diese wunderschönen Tage. Wie der Trainer schon sagte, das war nur eine Frage der Zeit. Wir sind so eine starke Mannschaft. Selbst mit Verletzten konnten wir das noch kompensieren. Wir sind marschiert, marschiert die ganze Saison und am Ende werden wir jetzt Platz eins erreichen. Das ist unser Ziel, das werden wir auch erreichen. Ja, diese Saison ist wie ein Marathon. Am Ende fehlt die Kraft. Man holt alles raus, was man noch hat. Und das haben wir heute bewiesen. Wir haben noch die meiste Kraft und bis zum Ziel. Wir werden so weitermachen. Wir werden uns den Platz eins nicht nehmen lassen und ich habe Ihnen gesagt, wir gehören in die A-Klasse. Die A-Klasse soll sich warm anziehen. Das waren meine Sätze. Wollmütze und Handschuhe nicht vergessen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.